Hi! Du möchtest coole Comics für dein Bandprojekt zeichnen, hast aber nicht genug Platz, die ganzen Stifte und die vielen verschiedenen Papiere bei dir zuhause zu lagern? Kein Problem! Zeichne doch einfach digital! Hier eine Liste an Dingen, die du dafür brauchst! Du brauchst einen PC, einen Tablet zum Zeichnen, du brauchst einen Photoshop-App, wo du brauchst wie du Arbeitsspeichern mit der PC nicht die ganze Zeit abstößt, außerdem genug festplatten, worauf du die ganzen Projekte speichern kannst, eine gute Grafikrate, viel Kreativität und Geduld, weil es nicht so einfach, mit einem Tablet zu zeichnen. Klar soweit? Und los geht's! Zuallererst greifst du dir deinen Stift von deinem neuen Wacom. Wacom? Wacom? Kein Mensch weiß, wie man das ausspricht, von deinem Tablet. Genau, dann nimmst du dir dein Tablet und dann setzt du dich gemütlich hin und auf geht's! Zuallererst kannst du dir eine Farbe aussuchen, ich würde dir Schwarz empfehlen und suchst dir einen Pinsel aus. Und dann malst du einfach mal drauf los und guckst, was passiert. Es kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis du den Pinsel so führen kannst, dass es nicht die ganze Zeit krisselig aus ist. Was macht sie da? Was? Ja, mhm, okay, also, äh... Wisst ihr was? Wir schauen einfach in zwei Wochen noch mal rein, wenn sie ein bisschen Übung hat und ihr könnt ja schon mal ausprobieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und dann bis in zwei Wochen! Tschau! Voll bloß! Ich mein's ernst. Bis zum nächsten Mal!